Seit unzähligen Äonen habe ich mich wie ein Virus über die Galaxien ausgebreitet und zehntausend Welten erobert, um eine Horde zu stärken. Und auf jedem Planeten hat es immer einen Helden gegeben, den Auserwählten. Es gibt eine viel größere Macht. Sogar größer als die Macht von Greyskull. Heute Nacht erleben wir den Anruf eines neuen Eternia. Es ist Zeit für eine Revolution!